Hm, wir haben schon genug Nahrung für das Upgrade. Sehr gut. Naja, die Schattenstolz hier nicht umher. Was wohl gleichzeitig gut und schlecht ist. Gut, weil es scheinen die einzigen Gegner in den Glutfengen zu sein. Schlecht, weil sie halt überall sind. Ich weiß halt nicht, werden die Schatten nicht ausgebrochen, ob der Feuerengel alleine gewesen wäre. Ob er uns überhaupt erlaubt hätte. Was ist einer der Vorteil bei den Dunkelelfen der Avatar? Nur macht uns stärker, Meister. Sofort, sofort, sieh weg. Lass mich in Ruhe, hier bin ich. Ja. Wohnenpräger zu mir. Meister. Danke, ich bin ohne. Sofort, sofort. Hier bin ich, Meister. Meister, Meister. Wie kann ich dir nie? Habt Geduld, was ihr wünscht. Das ist leicht. Linien müssen halten. Sie sind schon in der Stadt? Ich will nicht sterben. Ah, nein! Nein! Ach, sie tun mir weh. Geht weg. Lass mich in Ruhe. Da unten am Steinbruch ist... Wo verlieren wir gerade noch, außer am Steinbruch? Alles, was ihr wünscht. Wie kann ich dienen? Meister, das Gebäude ist fertig. Meister? Meister, das Gebäude ist fertig. Reparieren wir mal den Steinbruch. Hier ist noch alles in Ruhe. Stimmt, 91 ist die richtige Zahl. Meister? Danke, Meister. Verstanden, Meister. Wie kann ich dienen? Bin schon da. Äh, nicht 91, 41 war die richtige Zahl. Äh, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. So. Ja! Habt Geduld, Meister. Dann sichern wir hier den Steinbruch auch mal mit zwei Hexentürmen ab. Sicher ist sicher. Und da bewege ich mal den Avatar, also uns, noch mal zu dem. Meister, das Gebäude ist fertig. Meister, das Gebäude ist fertig. Wie kann ich dienen? Alles, was ihr wünscht. Knotenpunkt. Meister, das Gebäude ist fertig. Dann errichten wir schon mal eine schwarze Schule. Hier oben. Ihr vier errichtet mir noch ein Hexenturm. Meister, hilf mir! Meister, ein Überfall auf die Stadt! Ach, sie tun mir weh! Geht weg! Lass mich in Ruhe! Jetzt werden meine Pilzfarmer gekillt. Geht weg! Lass mich in Ruhe! Hier bin ich! Meister, das ist da. So, da kannst du aber wirklich mithelfen, anstatt Telekinese zu benutzen. Meister, das verlangt mir. Das Gebäude ist fertig. So. Da rechte er auch hier mal gleich eine Spie. Da hin. Habt Geduld, Meister. Sie töten mich, Meister. Okay. Wieder ein Pilzfarmer verloren. Was verlangt nicht Eile, Meister? So, Schatten... Äh, nee, das ist die schwarze Schule, die es errichtet. Also als nächstes eine Mondsilverwerkstatt. Danke. Hier halt. Sie belagern unsere Stadt. Sie töten mich, Meister. So, Monix. Ja, Meister. Oh, langsam wird's gut hier. Nur macht uns stärker, Meister. Ja, Meister. Meister! Meister, das Gebäude ist fertig. Gut, das war... Hier bin ich, Meister. Das war die Sch... Wohnzimmerwerkstelle, es kommt eine Schattenschmiede. Meister, das Gebäude ist fertig. Hab Geduld, Meister. Hierhin? Hier bin ich, Meister. Ich gehorche, Meister. Sie belagern unsere Stadt! Und... Meister, helf mir! Da packen wir hier das Akkadum hin. Ah! 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 Nein! Schließ die Reihen! Der, der hat keine Ahnung, was er will. Ah! 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 Nein! So, Ohrenknoppen. Oh, nix, tu, wollen wir hierhin? Äh, puh, wohin packen wir den? Ach, von mir aus, hierhin. Meister, ein Überfall auf die Stadt! Da greifen sie wieder neutralen Schatten an. Wahrscheinlich ist der kurz vor dem Akku-Wirn und deswegen greifen sie ihn an, keine Ahnung. Meister? Ich gehorche. Geile, Meister! Ja, Meister! So. Dafür brauche ich Eisen, das habe ich schon erforscht. Mozebunt, Aria. Noah macht uns stärker, Meister. Dafür brauche ich auch Eisen. Mit dem Ding kann ich nix erforschen. Meister, das Gebäude ist fertig. Was verlangt ihr? Hier bin ich, Meister. So, äh, ein Hexen. Habt geduld, Meister. Alles, was ihr wünscht. Und ein dahin, das sollte reichen. Hier bin ich, Meister. Sofort, sofort, sofort. So. Ihr dürft jetzt endlich mal Eisenarbeit vollrichten. Vollziehen. Vorwärts. Schnell. Schnell. Meister, das Gebäude ist fertig. Bin schon da. Gerne. So, dann errichtet ihr mir mal hier. Zeug. Hevox kosten mehr Mondsüber, weniger Aria. Und die Jungs kosten Eisen. 15 Hevox könnte ich grad mal machen. Oh. Wo ist wieder einer gestorben? Ach, hier drüben. Ich bin unwürdig. Habt Geduld, Meister. Wie kann ich dienen? Das ist leicht. Sofort. So, dann können wir jetzt mal anfangen. Hier, sofort. Wobei, ich warte wirklich noch. Schnell. Dieses kleine Fitzelchen hier. Es sind ein oder zwei Schatten. Derer wir uns noch entledigen müssen. Oh. Input Lag. Ja, die Aria-Vorräte sehen zum Glück noch recht gut aus. Bis zum Glück.